Mal wieder spät auf. Noch heute nicht ganz freiwillig, weil heute hat mich der Raphael, unser Praktikant, dazu überredet, mit ihm morgen Fußballgolf spielen zu gehen. Ich bin echt gespannt, was da passiert. So, Christian, jetzt sind wir angekommen hier in Pfohlendorf im Seepark zum Fußballgolf. Mach dich auf was gefasst. Bist du bereit? Einigermaßen. Okay, dann starten wir. So, wir sind jetzt hier bei Bahn 8, dem Street Soccer. Man sieht schon hier, man braucht fünf Schläge bis zum Paar. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ich glaube, du stellst dich da besser. Christian, ich habe gesehen, du hast gerade vier Versuche an der Balltowern gebraucht. Was war da los? Ja, das war das Warmschießen. Ich muss für das Toranschießen üben, sonst läuft es dann später nicht mehr. Okay, ja, dann jetzt in einem, oder? Jetzt in einem. Let's go! Let's go! So, jetzt sind wir bei der letzten Bahn. Es ist ziemlich knapp geworden. Hätte ich gar nicht so gedacht, aber wir sind jetzt, glaube ich, drei Punkte auseinander oder so. Drei Schläge. Und jetzt geht es nochmal um alles. Ich mache das Ding. Oder, Christian? Dann hast du noch eine Chance. Es wird sehr eng. Es wird eine enge Sache, muss man auf jeden Fall sagen. Wir hatten heute nicht die optimalen Bedingungen, aber es gilt einfach, das Optimale herauszuholen in solchen Umständen. Und ja, jetzt ist der letzte Parcours an der Reihe und wir hauen rein. Auf jeden Fall. Dann let's go! Und ja, jetzt ist der letzte Parcours an der Reihe und der Reihe und der Reihe und der Reihe. Wir haben heute ein Gramm. Wir haben heuteoles Bier. Vielen Dank.